Was haltest du eigentlich von One-Eight-Dance? Bist du eigentlich ein kurzer Typ auch? Ja. Warum warst du schon mal fremdziger? Äh... Bist du ein einversichtiger Typ? Hi, ich heiße Sabine, ich wohne in München und ich arbeite in der Modebranche. Fashion is my passion and profession, sagt man ja so schön. Wer kann ihr Herz erobern? Hallo, ich bin Maxim, komme aus Wilhelm Hafen, bin 22 Jahre alt, arbeite als Modeberater. Ich bin nicht der Schönste, aber ich versuche trotzdem gut auszusehen und ich weiß, was ich kann, deswegen mache ich das auch. Doch auch der zweite Kandidat möchte Sabine erobern. Mein Name ist Dominik Münch, bin 27 Jahre alt und komme aus der Nähe von Karlsruhe. Ich mache Partymusik und wenn die Leute Spaß haben, dann geht es mir auch gut. Ja, also ich bin der Christian, bin 22 Jahre alt und komme aus Darmstadt. Ich hoffe, dass es heute anderser wird und dass ich diesmal eine Runde weiterkomme und dann flirten kann, also ein perfektes Privatetap. Ja, das bist du hier, Alter. Hast du einen Helm auf oder was? Was bist du denn bei einer? Warst du schon mal ein Fitnessstudio, Maka? Nee, Mann. Ich habe kein Geld für Fitnessstudio. Du pumpst anscheinend die ganze Zeit, aber in dein Gehirn kommt gar nichts rein. Ja, sicherlich, natürlich. Meiner Meinung nach ist der Christentyp, der gerne mal vielleicht ins Fitnessstudio geht, versucht es vielleicht, aber schafft es gar nicht. Hast du schon mal überhaupt ein Date gehabt, Maka? Guck dir mich mal an. Junge, ich habe schon mehr Frauen flachgelegt, als du zählen kannst. Viele Frauen stehen einfach nicht darauf, auf so ein kleines Hühnchen da rumzulaufen. Dann habe ich erst einmal gedacht, dass ich total falsch bin und den Treffpunkt, den wir nicht richtig mitbekommen habe, aber... Geh lieber mal zum Friseur, Digga. Ja, pass auf, was du sagst, Mann. Was? Pass auf. Pass auf, was du sagst, Mann. Ey, du bist so lächerlich, du bist so witzig. Ey, fuck, was ist das, Alter? Guck mal. Guck mal den, Alter. Ey, Jungs, seid ihr beide schwul, oder was? Der eine sieht aus wie Justin Bieber für Arme. So ganz komische Haare, da rennt man ja heutzutage gar nicht mehr rum. Dominik ist ein absoluter Macho. Mit seinen geleckten Haaren da. Ich habe so keine Chance, der könnte wieder einpacken, Mann. Der eine ist der Macho und der andere denkt, der wäre voll der Harte. Aber das ist für mich überhaupt gar keine Konkurrenz. Gegen mich haben die sowieso gar keine Chance. Oder keiner trainieren, noch 20 Jahre, aber da habe ich trotzdem bessere Chancen. Wer hier welche Chancen hat, ist am Ende einzig Sabines Entscheidung. Und die macht sich jetzt ihr eigenes Bild von ihren drei Single Boys. Hi Dominik. Wie geht's dir? Gut, danke. Und dir? Ja, auch gut. Freust du dich? 26, und du? 28. Ja, super. Aber zu denen brauchst du nicht, du gehst zu dir. Du kannst schon weitergehen. Guck dir mal den an. Ja? Mama! Justin Bieber! Justin Bieber! Die haben sich so irgendwie gefeitet die ganze Zeit. Und das war ein bisschen kindisch. Vielleicht hilft es ja auch nicht mehr. Okay, stopp. Kein Streit. Wir werden Spaß haben. Ich sehe das ganz entspannt noch. Aber das sollte nicht nochmals vorkommen. Wer heißt sie? Sabine und du? Chris. Das ist toll. Danke. Das ist auf jeden Fall der Typ Frau, auf dem ich komplett stehe. Ich war erst mal total geblendet vor den Augen. Und dann das Lächeln. Ich lieb mich, dass ich mir so lächeln kann. Ich höre es mir total gut. Eddie ist genau mein Typ. Und freut ihr euch? Total. Ich bin voll motiviert. Und damit ist das Eis gebrochen. Das anfängliche Gedisse ist vergessen. Die vier stürzen sich ins Vergnügen. Und Sabine genießt es, offensichtlich im Mittelpunkt zu stehen. Cheers! Auf einen ganz tollen Tag. Auf ein cooles. Moist. Dicker. Prost, Mann. Auf uns, auf uns, auf uns. Ich denke schon, dass Sympathien auf jeden Fall da sind. Von ihrer Seite, von meiner Seite auch. Aber wie es jetzt im Endeffekt dann aussieht, das steht ja da oben in den Sternen. Da steht Brut drauf, gell? Wenn wir da noch ein A reinmachen, das könntest du mal werden von mir. Meine Braut. Der ist nur am Schleim, ey. Ich sag die Wahrheit, ey. Schleim, ey. Der hat alles im Internet gegoogelt oder irgendwie, keine Ahnung. Jeder macht halt sein Bestes und ich auch. Was machst du beruflich so? Studierst du oder hast du studiert? Na ja, hab ich. Aber ich bin der Modebranche. Sehr gut. Ah, das passt ja. Ich bin der Modeberater. Echt? Ja, genau. Das passt ja hundertprozentig. Und gefällt dir mein Styling? Was machst du? Ja, natürlich. Der ist Modeberater und wahrscheinlich nicht beraten überhaupt. Passt doch überhaupt gar nicht zusammen. Naja, weißt du. Ich hab's ja. Du seh'n ja aus, wie du nicht so wie ihr beiden. Guck mal, bei dir passt das nicht mehr von den Farben. Guck mal, bei dir passt das nicht mehr von den Farben. Wir genießen das hier. Kein Gedisse. Ich bin der Boss immer noch. Okay, Chefin. Aber hoffentlich wird sich auch nichts ändern. Ich fand's ein bisschen kindisch, dass sie sich immer gedisst haben. Gut, die wissen ja natürlich auch, dass ich mich für einen entscheide. Sag ich mal eine ganz kurze Frage an dich. Was haltest du eigentlich von One-Head-Dance? Bist du eigentlich ein Kuscheltyp auch? Ja. Warum warst du schon mal fremdiger? Äh. Bist du ein einversichiger Typ? Keine Ahnung. Brauchst du das arg oder normal? Ich weiß nicht, deine Witze. Ich werde nimmer lächeln. Brauchst du das arg oder normal? Wie viele Kerlen hast du jetzt schon? Sex? Das ist aber eine sehr indiskrete Frage. Die Gespräche waren natürlich direkt so ein bisschen härter. Aber ja, wir sind ja erwachsen und deswegen ist es ja egal, ob man jetzt über Sex spricht oder nicht. Okay, mir ist ja aufgefallen, du magst schon gern Sex. Und wenn du ja dann Solo bist? Ja und... Dann meinst du mal selber, oder? Ah, okay. Normal, ne? Ja, also ich habe ziemlich viel über sie erfahren. Jetzt ist es auch wichtig, denke ich mal so, wenn man sich jetzt noch nicht so lange kennt, aber dass man eben viel redet und dann auch schon einige Dinge so erfährt, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt sonst preisgeben würde. Okay, pass auf, das geht ja zu weit eigentlich. Ja. Was ist dein verrücktes Date für dich? Ach danke, er ist mein Retter. Aber da es jetzt so ein Gruppendate ist oder so, dann soll man gleich wissen, woran man ist, denke ich. Und das hat mir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Secret Nummer eins. Fußball ist mir wichtiger als Frauen. Das ist halt einfach. Secret Nummer zwei. Ich habe seit zwei Jahren keinen Kontakt zu meinem Sohn. Secret Nummer drei. Ich habe mit der Mutter meiner Freundin geschlafen. Oha. Puh, echt Jungs, scheiße, warum macht ihr sowas? Ich hoffe, dass ich eine Runde weiterkomme, damit ich dir auch mal ein bisschen was zeigen kann. Ich habe einen guten Zaubertrick auf Lagern, den würde ich dir auch gerne persönlich zeigen. Wenn sie mich wegen dem Secret rausschmeißt, das Secret gehört ja auch zu mir, dann ist auch nicht die richtige Frau für mich. Ich habe seit zwei Jahren keinen Kontakt zu meinem Sohn. Ich kenne natürlich die Hintergründe nicht. Vielleicht ist die Mutter ganz doof und möchte das nicht, aber ich denke, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich bin sehr kinderlieb und keine Ahnung, wer war das denn? Wie kann das denn sein? Also ich war's. Und da möchte ich ganz mal kurz was dazu sagen. Du weißt die Hintergründe nicht. Ja. Wenn man dann so eine Entscheidung trifft, obwohl da zehnmal schlimmere Sachen, finde ich, dabei sind. Und dann bin ich auch nicht die richtige Frau für mich zum Beispiel. Okay, kann ich verstehen. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute mit deinem Sohn. Okay, vielen Dank. War ein Sohn, ja. Hat Spaß gemacht. Mein Sohn ist mein Leben. Das finde ich gut. Komm, ich helfe dir noch hoch. Brauch's nicht. Okay Jungs, viel Spaß euch noch, gell? Es tut mir leid, ne? Braucht ihr nicht Leidtuch? Ja. Weißt ja, dass es super aussieht, dass ich viele Mädels bekomme. Ja gut. Hab ich ja keine Probleme mit. Alles gut. Aber jetzt bekommt erstmal Chris im Einzeldate seine Chance. Endlich. Die ganze Zeit hatte ich so das Gefühl, dass ich immer neue Sachen entdecken will. Da hab ich mir gedacht, Schnorcheln war ich mir recht sicher, dass es noch nicht getan hat. Und deswegen hab ich mir das so als Einzeldate überlegt. Sind wir endlich am Ziel angelangt und ich dachte mir, jetzt gehen wir zusammen mal schnorcheln. Die Idee mit mir schnorcheln zu gehen fand ich super. Also ich werde auf jeden Fall beim Schnorcheln ein bisschen erstmal ihre Hand nehmen, ein bisschen Körperkontakt mit dir reden und steck mal dann, klappt es schon zwischen uns. Die kleinen Inseln um Roddos sind ein wahres Schnorchelparadies. Nur scheinbar haben Sabine und Chris nur Augen füreinander. Die beiden genießen ihre Zeit miteinander. Vergessen Raum und Zeit. lassen die Eindrücke auf sich wirken und kommen sich auch körperlich immer näher. Und Chris gelingt es sogar noch, einen draufzusetzen. Zur Feier des Tages wäre es doch immer perfekt so ein kühles Bier, oder? Wow! Kostet auch immer gut. Wie hast du das denn jetzt hierher gezaubert? Schatz, ich hab einen Haufen Zauberkräfte. Das merke ich schon. Du bist ja gut vorbereitet, das gefällt mir. Ich fand das total süß, was schon die Handtücher vorbereitet hatte, mit dem Bier, also das fand ich echt toll. Cheers! So, wollen wir mal so. Bruderschaft? Okay. Ich hoffe, ich hab mich nicht ganz so überstürzt in meiner Überraschung. Nee, fand ich toll. Ich hab mir echt Müll gegeben. Und ich hoffe, es ist nicht ins Wasser gefallen von deiner Seite jetzt. Nee, ich fand es toll. Ich hab noch nie geschnürt. Ich wollte es schon immer machen. Und die Fische waren so schön. Da waren auch ein paar bunte. Hast du gesehen? Ja, ich weiß. Also ich hoffe, dass mein nächstes Date nicht so in Erfolg, also das nächste Date für dich nicht so in Erfolg wird, wie du meinst. Ich will, dass du mich willst. Ah. Und ich dachte mir, was gibt es Romantischeres als nach dem Schnorcheln hier mit dir rumzuliegen, Richtung Sonne zu gucken. Und ich weiß halt, weißt du, wie gefällt es mir so gut und ich würde dich jetzt mit küsst. Und ich würde sagen, was fragt man noch nicht? Ja, die Frage, darf ich dich küssen, finde ich immer ein bisschen komisch, weil was sagt man denn dann da? Ja, und dann wartet man auf den Kuss. Er hätte mir einfach einen Kuss geben sollen. Ich bin Settelmann. Aber es ist auch okay. Vielleicht hätte ich mich beschwert, wenn er mich einfach geküsst hätte, dass er so rangeht. Das habe ich schon gemerkt. Du bist echt nett. Danke. Es wird ganz schön schwer, die Entscheidung. Also, wenn du dich richtig entscheiden willst, nimm es. Ich war echt schön. Also gelungenes Date. Doch der Abend ist noch lang. Sabine hat noch ihr zweites Einzeldate vor sich. Maxim erwartet sie schon im Hafen. Na? Na? Alles gut? Ja, und bei dir? Ja, läuft. Weißt du, was wir vorhaben? Ja, was? Du stehst ja auf dem Motor, oder? Total. Sehr gut. Du kennst dich auch mit Fashion aus? Ja, sehr gut. Das heißt, du gehst auch ganz gerne auch mal shoppen, ja? Hättest du Lust? Klar, immer. Ja? Sehr gerne. Okay, dann los. Super. Beim Shoppen in der Altstadt können die beiden Mode-Verrückten sich stilmäßig so richtig austoben. Bevor ihnen klar wird, dass Liebe auch durch den Magen geht. Oh, das schmeckt so lecker. Ich würde ganz gerne auch über sie mehr erfahren, weil wir ja auch gerade alleine sind. Und deswegen möchte ich auch dann versuchen, über sie was rauszukriegen. Auch etwas intimere Sachen. Sonst, wie viele Freunde hattest du eigentlich bis jetzt gehabt? Feste? Feste Freunde, genau. Feste Freunde hatte ich drei. Ich meine, jeder hat so One-Night-Stands und so alles, ne? Ich nicht. Ich glaube, das kannst du mir ja nicht erzählen. Gut, okay. Glaub dir jetzt einfach mal, ich denke mir einfach mal meinen Teil, ja? Nee, ich bin nicht so der One-Night-Stand-Typ. Okay, also bist du eher für die feste Beziehung, ja? Ja, feste Beziehung, Notfalls-Affäre. Aber eigentlich, also erstens feste Beziehung, Notfall-Affäre, aber One-Night-Stands, weil ich mache das auch nicht selbst am ersten Abend. Kann man machen, muss man aber nicht, ne? Und du? Ja, ich hatte One-Night-Stand. Das streite ich auch nicht ab, überhaupt nicht. Aber ich suche eigentlich eine feste Beziehung. Deswegen bin ich auch hier beim Date. Und ich hoffe natürlich, dass du dich für mich entscheidest, weißt du? Ja, schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Wenn dir ein Mann gefallen sollte, auch jetzt beim zweiten Date oder beim ersten, ist ja egal wo, könntest du dir dann auch schon da mehr vorstellen? Oder wie weit würdest du denn so gesehen, also gehen? Also ich würde halt zum Beispiel auch dich jetzt nicht ausnutzen oder sowas, weißt du? Das sagen sie doch alle. Nein, das heißt, ich meine jetzt im Ausnutzen, dass ich jetzt halt gleich mit dir ins Bett steigen will. Nee, das will ich nicht. Aber wie weit würdest du denn gehen? Weiß ich nicht. Es kommt immer drauf an, auch wie intensiv die sind und wie lang und wie es passt. Also so ganz pauschal nicht, aber schon allein aus Prinzip beim ersten Mal auf gar keinen Fall am ersten Weg. Du musst halt immer gucken dann, wie er auch so funktioniert. Man kann viel labern, also man kann echt viel reden und dies erzählen, jenes erzählen. Aber man muss ja auch ins Praktische gehen. Tatenzählen. Tatenzählen, genau. Naja, ich denke mal, sowas wie zum Beispiel, ich gehe immer damit vor, dass ich halt immer auch die Lippen auch mal ab und zu mal die koste, wie die so sind. Weißt du? Würdest du denn sowas mit mir machen wollen überhaupt? Das Mädel ist einfach der Wahnsinn. Sie zu küssen ist sowieso immer gleich ein Erlebnis. Und deswegen habe ich sie auch gleich ausgenutzt. Ich fand ihre Lippen einfach supergeil. Ja, okay, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Bei mir hast du schon mal gepunktet. Okay, ich glaube, ich will mehr davon. Ja, das war ganz gut und ich finde ihn echt süß. Ich habe alles ausgenutzt. Ich habe so Gas gegeben. Hi. Hi. Oh, Baby. Na? Na? So, na du? Ja, wir haben uns ja eben schon gesehen. Ja, eben. Also, ich wollte mich nochmals bedanken bei euch für den wunderschönen Tag, die tollen Dates. Wir haben viel gelacht, wir waren shoppen, wir haben geschnorchelt, das war alles super. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wir haben viel gelacht. Ein toller Tag, aber leider muss ich mich entscheiden. Es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, weil ihr seid beide wirklich total cool. Aber ich entscheide mich. Ich entscheide mich für dich. Ach du Scheiße. Oh Gott, wie kann man so einen Fehler machen? Ich weiß Bescheid, du hast einfach keinen Plan. Sie macht jetzt einen Riesenfehler, das ist ja nicht mein Problem. Ich weiß, dass ich gut aussehe und ich kann so viele geile Weiber haben. Achso. Du hast mir sowieso nicht gefallen. Das war alles mit Vorgespielen. Ich würde auch ganz anders reagieren darauf, weil das ist eine schöne Frau und deswegen muss man auch das mit Stil nehmen, auch wenn man verliert. Wir sind beide happy. Auf jeden Fall. Also das genießen wir jetzt auch im Urlaub, oder? Auf jeden Fall. Jetzt machen wir Urlaub. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020